Was geht Leute und willkommen auf unserem YouTube-Kanal Dear Brothers. Ich bin Jaroslav, mein jüngerer Bruder Arthur. Der kommt auch gleich. Wir fahren gerade ins Training. Und zwar heute steht Muay Thai auf dem Plan. Ich wollte euch mal mitnehmen und euch zeigen, wie das Training abläuft. Wir sind gerade in Vorbereitung und zwar kämpfen wir in zwei Wochen, haben einen Muay Thai-Kampf und bereiten uns dementsprechend vor. Deswegen, let's go! Da ist unser Gym. Das ist Frank's Fight Team. So sieht sie aus. So sieht man aus. So ist es? So sieht man aus. So sieht man aus, wie ich mich kiempische. Ich bin jugend. Ich bin sehr viel Zeit. Ich komme von der Akademie Frankhaus. Auf geht's, trainiert, trainiert, trainiert. So, ich rudere erstmal. Das Training beginnt in einer halben Stunde. Jetzt geht's erstmal aufs Rudergerät. Ich muss auch ein bisschen Gewicht machen. Ungefähr 7 Kilo. Deswegen ein bisschen rudern jetzt. Let's go! So runter, rudern zu Ende. Jetzt geht's weiter. La Roa, da ist der nächste. Ich mache euch einen Lock. Schöne! Schöne! So, jetzt haben wir uns aufgewärmt, jetzt geht's ab an die Pratschen, machen Pratschen-Training. So, jetzt geht's mit dem Bildschirm, jetzt geht's mit dem Bildschirm, jetzt geht's mit dem Bildschirm. So, jetzt geht's mit dem Bildschirm, jetzt geht's mit dem Bildschirm. So, 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 jetzt geht's mit dem Bildschirm. Unser Training ist es geschafft, heute haben wir eine schöne Kasseneinheit geklischt und vorbei. Es hat euch gefallen, wir nehmen euch jetzt mal öfters mit, wir sind in der Vorbereitung, wie gesagt, nächstes Mal nehme ich euch mit, ihr Gewicht machen und dann seid ihr beim Fight auch dabei. Ich war auch dabei.